Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play League of Legends in der Solo-Duo-Q. Das letzte Game war ziemlich knapp, äh knapp, knapp, aber leider verloren. Wir sind mal wieder als Morgana, ich weiß nicht, ich hab grad echt ein bisschen Lust auf sie. Und müssen wieder mal gegen den Thresh ran, ey. 30 Sekunden muss zum Erscheinen der Versallen. Ohne Gnade. Ah, werden wir mal sehen. Ich bin fast gewillt, äh, mein Black Shield zuerst zu nehmen. Ich glaub, ich nehm auch. Black Shield ist mir da, das Liebste. Oh, der hat ein bisschen gebollt. Ich werde mich noch rächen. Sie werden leiden. Danke. Der erste Stufe tut das halt noch überhaupt nicht weh. Ich glaub, ich hab Dings außer dem mitgenommen. Ich glaube, ich hab Dings außer dem mitgenommen. So. Hm-hm-hm. Hm-hm. Gut, mein Geschmack. Hm. so cooler flächen jetzt alle Ja. Zo is good. I'm 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 good. Well, the first drag goes on D. I'm good. 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 Vielen Dank, Valentin! Ich habe mir ruhig ein bisschen Geld. So easy. So easy. Ohne Gnade. Ein Verbündeter wurde getötet. Sie werden leiden. Ohne Gnade. Neue Gnade. Mit ihr Auge? Gnade. Neue Gnade. Ich werde mich noch rächen. Sie werden leiden. Ich werde mich noch rächen. Ohne die Nacht. Ein Gegner wurde getötet. Es rüttelt nicht rum. Es fühlt meinen Schienen. Ohne Gnade. 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 Ich werde mich noch rächen. Ah. Das war's für heute. Was ist das? Ah Was ist das? 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 Das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? langsam nicht anfangen team zu spielen ach du scheiße ich werde mich noch rächen Das war's für heute. Hm. Scheiße ist das. Ah, uns fehlt der Tank. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das war's für heute. 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 Ah, schade. Das wär jetzt so richtig nice gewesen. Hm. Hm, hm, hm. So, so. Oh. Wie soll ich denen beikommen? Oh, ey, jetzt schon wieder meine Maus so schnell. Manchmal hat die das. Was, ich wüsste nicht warum. Oh, ich weiß was mir fehlt. Das Item hab ich noch gar nicht ausgebaut. Määäh. Oh, ja. Ah, come on. Ich mach jetzt diese Krabbe. Ich mach jetzt auf. Ich mach jetzt den Krabbe. Ach, ich mach das. Oh, ja. Oh, ja. Ich mach das. Ich mach das. in relativ wenige drauf in relativ wenige drauf Oh, sie hat wieder ein bisschen Gold gesammelt, ja. Oh, sie hat wieder ein bisschen Gold gesammelt. 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 Ja, da habt ihr euch zuzuschreiben, dass die den bekommen haben. Trödelt nicht rum. Ne. Ne, 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 das wird ein Loose. Das, das habe ich im Morin. Das ist so beschämend. Da kann... Da kann... Unser Release sollte ich überhaupt nicht tanki die jetzt durch. Damage Ray, oder? Damage Ray? Damage Ray? Bist du? Ja. Den Damage Ray. Und damit hältst du halt überhaupt nichts aus. Das ist natürlich traurig. Oh Gott. Mit der Jacke ist so warm. Und damit wird auch die Top-Lane fallen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Yes. Was ist das? 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 Was ist das?